YouTube Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mortau Mit dem Badwood Wo ist der Bassi? Der muss beieinander und genau in dem Moment bin ich gestorben Äh ich habe es gerade gesagt Ok cool der Bassi spielt mit Und wir haben hier noch einen anderen Mitspieler Den King Fresh LP Den sieht man aber leider gerade eben nicht Ich habe irgendwie Er spielt doch noch Mortau Ich sehe ihn gerade nicht Nicht dass er im gegnerischen Team ist Ich sehe ihn gerade auch nicht Doch er ist im gegnerischen Doch er ist rot leider Nein Aber er kann während dem Kampf im Team wechseln Ok cool dann ist der King Fresh LP unser Feind Bedeutet wir werden ihn töten Die Frage ist hat er schon bemerkt oder nicht ne? Das ist die Frage Vielleicht wird er direkt nachschauen wenn er uns nicht sieht Aber ich kriege von hinten einer rein warum? Was passiert? Ich auch Hey Bruni was wirds? Achtung hinter dir Oh hast du den Axtkill von mir gesehen gerade? Weil du standest vor dem Typen Hallo hallo Aua ich habe einen Feind drin Zock die rächt mich So Bam und jetzt werde ich gekillt Oh Tobi hast du ihn getötet? Nein nicht ich habe einen Arzisten gekriegt Da war ich zu langsam Oh die Pfeile oben Ok müssen wir aufpassen Müssen wir aufpassen So pass auf ist der King jetzt schon zu uns geswitcht oder noch nicht? Ne der King Ne der King Hat er schon bemerkt Ne der King Der King Will nicht zu uns Auf jeden Fall werden wir ihn in der Videobeschreibung verlinken Heute können wir ihn leider nicht hören Denn äh Grad kein Headset Also grad kein Mikrofon Genau Aber in den nächsten Folgen dann Während wir zu dritt verspielen Oh nein Ah fuck ich bin fest Verstören Mann Komm her Wow Das war zu früh Ja Boah was ein Loch Ja von der Seite auch noch Ah come on Da bin ich wieder so Noob Ja ich auch Nicht mal einen killed Ich habe vier aber das ist auch nicht so gut Wow Pfeile Bogen Von irgendwo Oh ich habe ihn gesehen Ist ja wo ich stehe ich Das ist für mich eine Aufwärmrunde Ganz ehrlich Ich will töten Ich will einfach nur töten Das hat nicht geklappt Einfach von hinten rein natzen Oh nein ich habe einen Teamkameraden erwischt Boah da sind viele roten Äh Nur viele rote Oh nein ich sehe rot Oh Abgewehrt Ich sehe rot Bruder Und du bist du Oh Bein abgehackt einmal Jetzt wird geschnetzelt Was das Zeug halt Geschnetzelt Was das Zeug halt Was machst du hier Was ist Was Okay äh spiel Oh naja will kämpfen Willst du kämpfen Oh fuck ich kriege von hinten ane ran Oh der andere wird weg So Okay ich bin gleich tot Ah fuck Weil da die Pfeile und Bogen schützen die Nerven So wir haben da gerade einen geholt Was ist jetzt mit dem King Er bleibt drüben Er bleibt einfach drüben Beinhard Hartnäckig ist er Vielleicht weiß er auch gar nicht dass er switchen kann Wer war es Wer war es denn Wer war es denn schon Oh ich hab dir die Beine weg gesäbelt Brudi Du weißt was das bedeutet Oh Gott das wollte ich mal Ah fuck Wollte ich gerade die Pfeile und Bogenschützen holen Da haben sie mich geholt Ey warum habe ich jetzt schon wieder einen Hänger drin Was ist hier los Oh ich hab nur 6 Kills Ich dachte es wären mehr gewesen Okay Oh nein das sind mir zu viele Definitiv Ich komme von hinten irgendwo zocki Ich kann mich nicht mehr verteidigen Oh nooo Oh da war der Name schon weg Als ich ankam Da war der Name schon weg ja genau Das war definitiv zu viele für mich Bruder Aua wo kam der her Oh das sind so viele noch Zwei drei Tage nicht zocken Okay vorhin haben wir so zwei drei Tage nicht zocken Ich bin noch nicht richtig warm Oh das sind so viele rote hier Oh bei mir auch Komm zu mir komm zu mir Drei rote Drei rote Und rechts von mir auch noch Und da kommt ein scheiß Pferd Ja bei mir ist auch ein scheiß Pferd Und ein Axtyp Oh fuck Oh Pferdtyp Ich hab abgewehrt Oh ja 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 Oh verdammt das waren doch zu viele jetzt Ich war eingekreist hier Oh fuck ich kann nichts machen Was soll ich tun Ich krieg's voll aufs Ich krieg's voll ab Ich krieg's voll ab Ich war jetzt grad auch voll eingekreist Die kamen grad von links und von rechts Ich mein ich hab ein gutes Team gehabt Die haben mich beschützt ein bisschen Mit feinem Bogen und so Aber Oh endlich haben wir diesen Scheiß Oh komm Pferdty was los Reiter Oh jetzt bei mir ist grad einer vorbei Wir haben keinen Reiter Benja hat mir grad den Reiter Kann auch nichts dafür Oh der hat sich grad selber aufgespießt der Reiter Ui das Böse das Böse Beziehungsweise hat das Pferd aufgespießt So wo bist'n Wo bist'n du Pferdty? Hallo Direkt neben mir Oh da kommen wir mehr Oh da kommen wir mehr Nüsste Ahnung haben So jetzt geht's aber ab Scheiß Drogenschütze machen wir weg Da konnte ich nicht warum Warte mal hinter euch ist einer Oh ok da haben wir weg Oh da vorne da brennts Da müssen wir hin da müssen wir hin Da sind zu viele Rote Ja da sind sehr viele Rote Aber einfach rein Müssen wir einfach wegnatzen die Typen hier Ja gut machst'n super Betsy du kriegst voll eins aufs Malz Seh ich grad Pferd und Bogenschütze und so Zu zweit zu zweit machen wir das Zu zweit Oh fuck ich konnte nicht blocken Hab ihn Ok er ist weg Achtung 3 nochmal 4 4 4 4 4 4 4 sinds 4 sinds Bruder Jetzt müssen wir Kast geben Ah fuck die haben angetäuscht Und das packe ich immer nicht Ich stink hier voll ab Oh sollt' ich Oh Gott zu viele Das waren wir zu viele Ähm Oh der King ist immer noch drüben Der King ist immer noch drüben Der King ist immer noch drüben Ich glaube er weiß nicht wie man switcht Nächste Runde dann vielleicht Wie man dann zusammen endlich Und da hab ich auch besseres Internet Weil ich grad nicht hochlad Wie schaut denn eigentlich dein Ping aus Wird mich jetzt interessieren Ähm Wärts ja doch immer noch gleich Ja das ist gutes Internet Ich lad nebenbei hoch ne Äh du kannst ja bissl flexen damit Mit deinem Internet Oh was willst du? Was willst du? Ich weiß ganz genau was du vorhast Bin voll dabei Ja Ach dieses Antäuschen Okay Oh nein Nein Fuck you Ein Team Kamerad Ein Team Kamerad hat mich weggesnackt War grad voll in der Action Aber irgendwie kommen wir grad Eigentlich doch gut voran Wir halten die ziemlich lange an dieser Stelle aus ne Mhm Aber Und schauen wir lang noch Für Ruhm und Ehre Oh nein Zocki Du bist jetzt voll in die Axt reingelaufen Mach dir nix Doch Ich hab's überlebt Alles cool Ja mit dir gut gesessen Ey ich hab's überlebt Ah ich bin hart im Nehmen Brudi Ey ich krieg gar nichts ab Ihr seid zu schnell hier für mich Mann nimm doch die einen Arm schneller auch Oh und der Bogenschütze Die Bogenschütze sind richtig gut Alter Die sind richtig gut Die haben echt Aiming Ich bin wieder so schlecht Alter So schlecht Ich bin auch nicht besser Hoppala Komisch Ich hab nur 10 Du hast 10 kills? Ja Bruder das geht ab Ich hab 5 Warum treff ich denn nicht hier? Oh Oh Gott Jetzt reiß ich wieder gar nichts Geh mir nicht raus Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Oh nein ich wechsle das Schwert unabsichtlich Wollte nur Medic ein bisschen nehmen Oh nein das brenne ich Bitte nicht Oh aber auch ein Killer Oh gut Zocky Der war gut Okay hier hab ich 3 Feinde Was? Oh Gott Alter Ich reiß schon wieder nichts Judo Ich bin so traurig Boah wir sind grad bei denen hier im Spawnpunkt schon vorgedrungen alter Ja aber wir müssen unsere Stelle hier verteidigen Nein jetzt haben sie das geschafft Oh hoppala Schmornikorni Was macht denn der Typ? Was macht denn hier drin hier? Warum? Äh Leute was wird denn das hier? Oh fuck oh fuck da kommen's Okay das ist ein Teamkamerad Aber hinter ihm Äh das Problem ist die Leute streiten sich grad beim Ausgang Also Das machen die immer das machen die immer Da geh anders raus Ja bin ich grade Oh versteh ich nicht Was? Jetzt hat mich ein Teamkamerad abgeknallt wieder mit nem Wurfschwer Hab ich gesehen ja Ja hi 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 Oh 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 Nein Ahahaha Das war ein fieser Kill Warte ab dass ich warm gespielt bin Ich brenne bisschen Oh So ich nehm wie mein Bestrengang Was macht denn ihr mit der Tür? Macht einfach die scheiß Tür auf Oh man Aber ich beobachte grad King Fresh Boah ich sag dir sag das sind solche Idioten hier Irgendwie Look am Einzel destroyer Caử wir f- Die aber das ist immer so nervend mit dem Tiefen oder die haben eh keinen Plan undunal Ähm, bin ich jetzt hingelaufen. Ah, okay. Für Rom und Ehre! Da ist King Fresh, King Fresh! Ich will ihn töten, ich will ihn töten! Ich will ihn töten, ich will ihn töten, ich will ihn töten! Nein, ich hab's nicht schon! Oh fuck, jetzt wurde ich zu Tode getreten, Alter. Komm King, King, King! Er ist tot, er ist tot! Nein, ich wollte ihn töten! Oh Gott, ich wollte ihn töten! In dem Abschnitt bin ich gerade echt schlecht hier. Ich bin generell ein schlechter Vater eben. Oh fuck, ich kann überhaupt nichts hochnehmen, bis... Oh man, die reagieren viel schneller! Oh fuck, da hat er mich erwischt! Oh fuck, wie viele Wur... Von hinten! Schmoni corny hat er, der muss sich echt ein bisschen aufpassen. Wie viele Wurfsterne wollte ich sagen. Voll der Ninja, aber wie viele Wurfsterne hat der Typ? Bin ich wieder? Ich bin echt, ich bin der Letzte hier. Ich bin das Letzte. Ich versteh das nicht. Ach, das darf nicht wahr sein! Ach Gott! Gott, draußen war ich doch noch einigermaßen passabel, und jetzt? Das ist irgendwie... Das ist irgendwie... Ja, scheiß Bogenschütze, Alter! Das nervt! Das nervt! Das nervt! Jetzt schmeiß ich grad auf jeden und alles meiner Äxte, weil sie alle blutverschmiert sind. Ach nicht doch! Was geht denn hier ab? Die Bogenschütze sind ja... Das nervt jetzt gerade eben. Ja. Äh... Ne, ich will doch gar nicht die Leiter runter. Das nervt wieder nix! Oh fuck! Nein! Jetzt... Jetzt sitzen die mir vorne im Knack, Alter. Das geht mir nicht. Jaaaa, was mach ich denn? Nein! Jetzt hab ich die 10 Kameraden erwischt. Oh, das ist grad gar nichts bei mir. Alter, der braucht einen Schlag! Und ich bin tot. Nein, das... Ah komm, das geht so nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Aber ich... Ich schwör dir, ich hab Runden abgeliefert schon. Unglaublich. Sind die dagegen? Anfänger-Modus. Ah! Was mach ich denn? Hahaha! Ich bin so dumm! Bauen da jetzt alles zu? Das find ich jetzt gar nicht geil. Wie soll ich hier meine Kiefer also... Oh Gott! Jetzt da! Das gibt es doch nicht, Alter. Das gibt es nicht. Unglaubliche Geschichte. Aber wahr. Was ist das? Oh Gott! 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 Ich hab das heute, glaub ich, auf YouTube gehört. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Der hat mich, glaub ich... Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ich brenn. Fuck you! Ich bin tot. Oh, ich bin so schlecht, Alter. Versteh ich nicht. Ich versteh es nicht. Ah, weg. Da hab ich auch endlich ein bisschen Natzen jetzt hier. Ah, fuck! Würdest du mich nicht einbauen, du Idiot, Alter? Schleichst du dich vielleicht? Na, euch kommt er nicht raus. Boah, was ist das für ein Blödsinn? Echt jetzt da... So, zwei mit dem Speer gekillt. Sehr schön. Ich geh da jetzt einfach raus, Alter. Juckt er mich nicht. Ja, ich bin tot, Alter. Das ist selber schuld. Aber jetzt bin ich Haarsklafen, weißt du? Ich will zurückgehen die ganze Zeit. Es geht nicht, Alter. Der Super-Ingenieur muss uns eine ganze Mauer hinbauen. Verstehst? Ah, fuck. Gibt's ja wieder... Bleib ich bei denen? Bleib ich bei denen? Ich weiß nicht. Gut, die Speere war nicht gut. Ich habe schon wieder einen Teamkameraden erwischt. Das ist ja lächerlich, Alter. Jetzt zuckt er mal richtig aus. So, da jetzt naht sich weg, Alter. Jetzt naht sich weg. Bin ich ohne ans Mikrofon gegangen, weil... Wieso zündet ihr denn die eigenen Leute an, Mann? Was ist denn los mit euch? Weil's geil ist, Alter. Sollen alle sterben, die Schweine. Alle sollen sterben. Ja. Was soll denn der Typ da mit dem verkackten Pferd? Das ist sicher King Fresh. Den kill ich jetzt aber. Das war ich nicht. Ich war das nicht. Aber ich wär's gern gewesen. Alter, was war das denn? Ja, ein scheiß Teamkameraden hat mich weggesnackt. Wurde ich jetzt getötet. Oder... Stolze Nummer hier. Ich weiß nicht, warum ich mich so aufreg. Sobald ich Video mach, bin ich der... Ich bin der letzte Dreck. Es passieren irgendwie komische Dinge bei mir dieses... Hoppala. Boah, nein, nein, nein. Nein! Geht weg mit dem Feuer. Ich mag kein Feuer. Ja. Servus. Oh, da kommt der Zocki grad hoch. Ja, komm, jetzt gehen wir ab, Alter. Ja, komm, raus da. Geh weg da! Es ist zu eng für Kampf da, Leute. Ja, ich will jetzt hoch, Alter. Ich wollte jetzt hoch. Lass da reinkommen, lass da reinkommen. Nein, er macht schon clever. Er macht schon clever. Wenn du die Tür auftrittst und die stehen hinter der Tür, dann liegt er. Okay, komm. Trägt ihn raus. Ja, Mann! Ja, super, wir haben gewonnen. Ich hab Scheiße gespielt. Neun Kills nur. Ich hab 15 nur. Lächerlich. Ja, komm. Ja, komm. Ja, lächerlich. Kopf. Habe ich Kopf gelesen? Aber das Gute ist, Zocki, wir haben ja noch genug Zeit, um noch eine Runde dran zu hängen. Oh ja, das machen wir auch. Das tun wir auch. So, ich lass mal die Leute hier entscheiden, ne? Es wird wahrscheinlich Invasion-Camp. Ähm, ich schreibe ihn gleich. Dass wir blau sind. Ja. Also, ja. Was denn jetzt? So. Jetzt darf ich mitspielen. Darf ich mitspielen? Oh, du bist endlich da. Ja, endlich. Wie schaut mein Ping an? Wir können dich gebrauchen. Oh, 64er Ping. Texturen vorhanden, absolut. Aber andere spielen, nicht dieses. Jetzt gibt's... Oh, fuck. Da ist der Rider des Todes. Der Ghost Rider. Alter, ich komm hier nicht voran, Mann. Da ist mir immer drei. Ja, Alter. Jetzt rennt er mir rein. Was soll der Scheiß? Oh Gott. Das war zu extrem. Das war zu extrem. Oh, hey, der King Fresh ist auf dem ersten Platz. Respekt am Artikel. Respekt. Jetzt ist er nicht mehr. Jetzt ist er zweiter Platz. Oh, endlich hab ich Texturen. Ich spiel jetzt komplett anderes Spiel. Oh, Scheiß mit seiner Balliste hier. Warum kann der mit seiner Axt so oft zuhauen? Das ist doch so ein Kratzen an. Boah, er wusste nicht erst, dass ich hier bin. Ich hab mich ja voll leimernd angesneaket mit meiner fetten Rüstung. Kann er unmöglich curlern. Oh ja, zwei gegen mich und ich brenne und ich bin tot. Wow, geil. Ich spiel wieder so gutes Spiel heute. Oh, ja. Ja, verdammt! Ganz mieser... Ja, miserabel kann ich nicht mal mehr sagen. Das ist ne ganz scheiß Runde. Boah, was ist denn hier? Was geht denn hier ab? Mann! Den hab ich auch noch, super. Okay, das war ein bisschen blöd. Oh nein, ich hab ein Teamkameraden gekillt! Kommt vor, Zocki. Es kriecht. Ich bin im Feuer. Scheiße. Ja, aber das war blöd, weil ich hab ihn gar nicht im Visier gehabt. Du hast ja stand neben mir und mein Schwert hat seinen Fuß berührt. Hört auf, war ja etwas anzuzünden, Mensch. Mein Schwert hat seinen Fuß berührt und schon war er tot. Was ist denn ein Blödsinn? Das ist ein magisches Excalibur-Schwert, was ich hier hab. Das ist unglaublich. Attacke, Tod verloren! Wieder ein Teamkameraden erwischt. Oh Gott, es war... Warum hat der mich hier nicht... Es macht mir keinen Spaß mehr, jetzt wieder. Jetzt kommt hier eine schlechte Wunde. Oh! Hat er mich wegkartt. Hat er mich wegkartt, Bruder. Das war hardcore. Das war hardcore. Alter Schwede. Na klar, da kommen wieder zwei! Alter, ich weh grad drei Leute ab! Aber jetzt nicht mehr! Oh fuck, was war das? Fuck, ich hab grad drei Leute abgewehrt! Wie geil bin ich denn? Zwei mal drei Leute abgewehrt! Ach, Schmarnikorni, du bist kritisch! Boah, was? Ja, da gibt's ihn richtig! Teamkamerad, du bist der Beste! Du bist der Beste! Ich hasse es! Hat er mich gekillt? Ja, aber wie auch noch, Alter. Von hinten, voll auf dem Schädel. Ja, sowas passiert, aber ich hasse es. Ja, sehr gut, Leute. Ja, Kingfresh ist unbewaffnet! Alter, was hat der für Messer, Alter! Was habt ihr denn hier für Schwerter? Die haben alle keine Ehre, weißt du? Er war unbewaffnet und die gehen voll auf ihn los. Was? Gut, jetzt machen wir's anders. Wir sind grad voll am Verlieren, aber egal, ne? Wieso sind wir am Verlieren? Weil wir blau sind und nix einnehmen und nur noch 6 Minuten haben. Ah, jetzt bin ich aber ganz böse. Wie konnte der mich jetzt killen? Ah, komm schon. Hat auch immer geklappt. Ich bin grad voll demotiviert, irgendwie. Ist echt schlimm. Geht mir aber auch so. Ah, schon wieder zwei! Ah, danke. Ah, jetzt von... Ja, komm, was hieß mit dem Boy, Alter? Ah, das ist ein Gegner. Scheiße, das ist ausgeschaut wie ein Teamkamerad. Kurz, für mich. Ah, Gott, Alter, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich hab das voll nicht mitgekriegt. Ich bin so dämlich heute. Ah, fuck, jetzt hat er mich mit dem Hammer gekillt. Ich glaub's nicht. Ich hab nur 4 Kills. Krass. Ja, ja, komm, zu dritts hat's hier stark, oder was? Mann, wieso treff ich denn hier nicht einmal? Toll! Ich bin so armpissed. Ich auch gerade, ja. Aber ich wünschte, ich hätte die Runden aufgenommen, wo ich so richtig rasiert hab. Du meinst mit deinen über 40 Kills da und so, ne? Ja, musst du das extra erwähnen? Ich wollte mich flexen, aber ist so. Na klar, ich weiß, du willst's nicht angeben, Zocki, deswegen was ich. Okay, was war'n das für ein Frack jetzt? Oh Gott, ich bin grad so demotiviert. So richtig böse demotiviert. Ah, fuck. Oh, 6 Kills. Oh! You bastard! Okay, den lass' ich, den lass' ich jetzt. Ah, fuck. Alles Gute ist, man sieht, der Zocki ist ein Level, also weiß man schon, wie viel der gezockt hat. Also, der Kranz eigentlich. Ne, Leute, ich spiel' dich den größten Track jetzt am. Ich seh' auch nichts mehr. Oh nein, ich brenne. Ich bin tot. Scheiße, warum renne ich da auch ran? Selbstschuld, Brody. Ich spiel' hier den größten Track zusammen ever. Ist unglaublich. Wow, okay, ich bin da nicht hoch. Ich bin die Satte. Da passiert mir nix. Nein, nicht brenn! Ah, fuck! Ja, schönes Ding. Hast du ja wegnatscht. Super. So, wir müssen runter zu dem Wagen. Oh, ne, zu viele. Zu viele hier, zu viele. Ja, sehr viele Reiter. Alter, wo kam's jetzt her? Oh, fuck! Oh, fuck! Scheiße! Ich wollte grad sagen, zu viele Reiter und dann hat mich schon einer erwischt, weißt du? Ja, okay, wir anscheinend. Ah, es schaut schlecht aus. Wir haben uns schon recht schlecht aus. Gott, die Motivation sinkt gerade echt erheblich. Ich versuch' mich grad, ich versuch' mich grad etwas zu beruhigen, weil dann spiel' ich besser. Ich versuch' mich grad, ich versuch' mich grad etwas zu beruhigen, weil dann spiel' ich besser. Ich versuch' der Typ schon wieder hier oben. Oh, danke, ihr habt ihn. Ah, schmarni-karni. Ich muss ruhig spielen. Wenn ich, wenn ich so, wenn ich so wütend werd', dann, dann mach' ich den größten. Nein! Ach, dieser Scheißfeuer, Mann! Wette, du musst dich beruhigen. Ehrlich, jetzt ohne Witz. Spiel ruhiger, dann geht's. Oh, was war'n das jetzt für'n Dreck? Nein, Teamkameraden erwischt. Es tut mir leid. Ach komm, ich bin immer zu langsam hier. Aber jetzt haben wir ihn. Ganz ruhig und gechillt. Das war'n Blödsinn. Ah, dieser Scheißfeuer. Oh, das war total. Okay, der ist tot. Ich hab'n Teamkameraden wieder erwischt. Aua! Der Sprung, den mächtigen Sprungschlag von... Ah! Mich hat grad' so'ne Scheiß-Steinschleude erwischt. Ja, mich auch. Ich wollt' grad' den mächtigen Sprungschlag von... ...The Rock durchziehen. Und ich hab' da... Ich hab' da vorne grad' Heilung gesehen. Deswegen dachte ich, ja, Heilung! Ja, geil, Drogen! Psst! Weiter' Heilung! Los, King, ich bin hinter dir! Oh ja, Leute, jetzt was, komm! Oh fuck, er hat ihm... Er hat ihm zerstückelt! Vor meinen Augen! Zu 15 sind wir stark! Schmarnikorni! 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 Aber sobald ich ruhiger spiele, jetzt mach' ich ein paar Kädels. Ja, okay, wir bitten aber schon zu, ob's gestorben hat. Die Runde ist rum. Die Runde ist rum. Wir müssen runter zu unserem Ding, zu unserem Wagen hier, damit er sich fortbewegt. Ja, aber schaffen wir ihn nicht mehr. Alter, ich renne! Ich renne auch noch voll in diesen Aktieb rein, weißt du? Oh, ich brenne, ich brenne! Wie blöd! Oh Gott! Ist grad echt nicht meine Runde, ne? Meine auch nicht! Ich krieg von zwei Seiten einfach die Schnute! Ich brauch' Heilung! Ah, das Katapult schon wieder, der nervt! Ah, ich bin jetzt getroffen! Jetzt wieder nicht! Katapult nervt, ohne Ende! Was ist mit meinem Pingshow wieder? Okay, es geht wieder! Was ist mit euch, oder? Gebt auf die Schnute! Was hast du gemacht, Leute? Äh, ich will mich heilen! Komm, mach doch! So, jetzt aber schnell zum Wagen, damit wir jetzt noch das kriegen! Muss man ranhalten! Ich bin grad da! Ich bin grad da! Ja, ja! Dann musst du dich fortbewegen! Ich renne gegen ihn, aber jetzt brenne ich! Scheiß Katapult! Alter, das Katapult gehört verboten! Ehrlich, jetzt da! Keine Chance hast du dagegen! Das gehört verboten! Oh, fuck! Oh, wir sind alle drei jetzt wieder am Start! Scheiß Katapult, Alter! Aber wir bleiben fresh! Schon wieder! Ich hab die Schnauze voll von den Scheiß Katapult! Ehrlich, jetzt da! Nein! Das ist eine Scheiß-Runde! Nein! Ich bin echt dafür, dass man... Niederlage! Kann sie nicht an? Nein! Nein! Wie viel erinnerst du? Sieben! Ja! Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal! Ja! Vollarmpiss jetzt da! Ja, ich auch! Ich muss mich beruhigen, dann geht das! Wenn ich zu aggressiv bin! Ja, ich muss mich jetzt auch beruhigen, weil das war jetzt grad am Schluss scheiße! Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal! Haut rein! Ja, tschüssi! Ja, tschüssi!